Ja gut, auch wenn ich das Stadion ganz voll war, ich glaube, wir haben unsere Fans gehört und wir haben uns super unterstützt, was uns natürlich immer freut. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns weiter und weiter konzentrieren und schauen wir dann mal, ob die nächsten Spiele dann mehr los ist. Aber an der Atmosphäre hat es nicht gelegen. Wir mussten natürlich erst mal schauen, wie der Gegner aufspielt, reagiert und es war natürlich ein kleines Herantasten. Aber ich glaube, dann ab der 30. Minute haben wir dann guten Fußball gespielt, haben die Lücken nach vorne gefunden und ja, leider hat es nicht geklappt mit den drei Punkten. Die letzten zwei Jahre haben wir als Mannschaft und auch jeder einzelne Spieler hat sich gut weiterentwickelt. Ich glaube, heute war es ein schönes Spiel, wir mussten natürlich leider nur den einen Punkt hier behalten, aber ja, ich glaube, jetzt sind wir in der Europa League auch angekommen und wollen natürlich die nächsten Spiele dann die drei Punkte holen. Ich glaube, heute war es ein schönes Spiel.